Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Twins Talk. Ich bin Maria, neben mir sitzt Annabelle und ja, wir haben uns hier alle versammelt, um über ein gewisses Thema zu reden. Ich würde sagen, wir steigen eigentlich einfach mal direkt ein, weil es ist ja auch noch gerade im Laufen. Genau, vor, wenn ihr die Podcast-Folge seht, vor knapp zwei Wochen, jetzt sind es alle ein paar Wochen her, hatte Annabelle eine Not-OP und zwar eine Mandel-OP, eine linken Mandel und Annabelle kann ja gleich nochmal Details erzählen, was genau da operiert wurde, weil es ja in schlimmerer Form war. Ich weiß nur noch, dass Annabelle Montagfrüh nach Hause gekommen ist und sie war zuerst beim Arzt. Der Arzt meinte, ja, es ist so schlimm, geh mal zum HNO-Arzt. Der HNO-Arzt meinte, es ist so schlimm, du musst ins Krankenhaus und es muss wahrscheinlich notoperiert werden und Eiter abgesaugt werden. Jedenfalls kam sie dann nach Hause, hat mir gesagt, sie muss ins Krankenhaus, aber sie konnte kaum reden, weil ich habe sie kaum verstanden, es war nur so, irgendwie sowas, weil ihre Mandeln halt so dick waren. Dann hatte ich einen Koffer gepackt und ich habe sie ins Krankenhaus gefahren und für mich, ich habe auch erst mal angefangen zu weinen, obwohl ich ja keine Schmerzen habe, aber man muss dazu sagen, wir waren auch vorher noch nie im Krankenhaus, außer als wir geboren wurden. Und Annabelle hatte mal was am Kinn, aber das war jetzt nichts, also wir hatten nie was und deswegen war es so komisch und dann direkt mit übernachten und Koffer packen und deswegen, keine Ahnung, habe ich dann auch geweint so. Ja, jedenfalls habe ich sie dann schnell ins Krankenhaus gefahren, wusste ja gar nicht, was jetzt passiert und an dem Tag nach wenigen Stunden wurde sie dann auch operiert und zwar wurde aber nur die linke Mandel entfernt und nicht beide, weil nur die linke entzündet war, was am Endeffekt nicht schlau war, weil, ja, ich bitte dazu mehr, warum es nicht schlau war, warum die nicht gleich beide entfernt haben, weil jetzt haben wir die Sauerei. Naja, ich würde sagen, Annabelle, willst du übernehmen oder, jedenfalls ja, das ist so die Startgeschichte, wir können ja später nochmal darauf eingehen, ja, wie ich mich vielleicht auch gefühlt habe oder, ja, erzähl erstmal Annabelle, wie es dir geht und erzähl einfach mal, was so abgeht vorab. Annabelle ist ja immer noch betroffen und deswegen kann sie nicht so viele Emotionen rüberbringen, also nicht wundern, wenn sie etwas monotoner redet, aber sie ist eigentlich gut drauf oft, aber kann es nicht so gut rüberbringen, ja. Genau, also, ich hatte, ich habe es jetzt mir gerade mal auf meinem Handy aufgerufen, weil ich das sonst nicht aussprechen kann, und zwar hatte ich ein Peritonsillarabzess auf der linken Seite und das war eine Not-OP, weil der Arzt meinte, ja, wenn das jetzt weiter ausbricht oder wenn das noch mehr Eid hat, geht es halt bis in die Lunge und dann ist es halt auch nicht mal so lustig. Dementsprechend war es, also muss es direkt an diesem Tag operiert werden, also hatte ich da echt auch Glück, kann man sagen. Und genau, ich war fünf Nächte im Krankenhaus und wurde Samstag entlassen und ich hatte dann wirklich die hölligsten Schmerzen. Also, im Krankenhaus war es eigentlich ganz okay. Da hatte ich drei Tage Antibiotika bekommen, drei Tage Schmerzmittel durch die Vene und dann hatte ich nur noch so Schmerztropfen bekommen. Ich habe aber dann keine weitere Antibiotika genommen und das war der Fehler. Ich hatte danach extreme Schmerzen, also es war wirklich schlimm, ich habe geweint, es war heftig, also es waren wirklich die schlimmsten Schmerzen in meinem Leben. Also, wirklich unvorstellbar. Willst du vielleicht noch darauf eingehen, wie es so im Krankenhaus war oder machst du das danach? Oder willst du erstmal kurz so Allrounder-Story erzählen und dann kannst du erzählen, wie es im Krankenhaus war? Genau, und zwar, ich erzähle gleich mal, wie es im Krankenhaus war. Aber auf jeden Fall, jetzt so vor zwei Tagen ging es dann wirklich besser mit den Schmerzen. Ich war dann noch beim HNU und es hat mir noch andere Tropfen gegeben, das beleidigt mich mit Ibus und irgendwelchen Schmerzmitteln zu. Das hat irgendwie am Anfang auch nicht gewirkt, aber ist im Endeffekt auch egal, es hat dann auch gewirkt und es ging dann. Und gestern fing es an, auf einmal an der rechten Mandel, die ist ja noch drin, wie zu tun. Und dann schaue ich mal in meinen Mund und da ist das Ding aber sowas mal angeschwollen und auch eitrig und so. Und dann dachte ich mir, oh nee, scheiße, mein HNO-Arzt, der hat jetzt zu. Warte ich jetzt bis morgen, also bis heute sozusagen. Ich dachte mir, nee, am Ende ist es wieder irgendwas. Das Leber, umso früher man beginnt, desto eher ist man auch dort. Und genau, da war ich gestern, bin ich ins Krankenhaus gefahren. Das war so ein Bereitschaftsdienst. Ich meine, es war 14 Uhr, aber mein HNO-Arzt hat halt schon zu. Und die haben sich das angeschaut, meinen, ja, das ist eine fette Mandelentzündung. Und dass es halt sehr, sehr selten ist, dass das so ist. Allgemein, es haben mich auch viele gefragt, ja, warum haben die nicht beide Mandeln entfernt und so weiter. Leute, ich habe echt keine Ahnung. Es war bestimmt ein bisschen merkwürdig, weil vor der Narkose bei der OP haben die mich nochmal gefragt, also machen wir jetzt nur die linke Mandel raus? Und ich dachte mir, also ihr seid die Ärzte, ihr müsst es auch wissen. Aber ich habe gesagt, ja, also die haben vor oben gesagt, ja, nur die linke Mandel. Und ja, jetzt hat sie auf jeden Fall die rechte Mandel entzündet, die jetzt noch drin ist. Aber die gute Neuigkeit, meine OP-Wunde, die tut echt kaum noch weh, also wenig auf jeden Fall. Und das freut mich mega. Aber halt die Mandelentzündung, die tut jetzt halt weh, ne? Ich habe jetzt Antipötika bekommen und die, ja, ähnliche Antipötika, die hat sich auch gewundert, also warum haben sie, warum ich kein Antipötika mitbekommen habe und so. Und ich wurde wirklich aus dem Krankenhaus entlassen. Ich habe kein Antipötika bekommen, keine Schmerzmittel verschrieben. Also, heftig. Auf jeden Fall meint auch der HNO-Arzt. Es ist normal, dass die Schmerzen heftig sind, weil es ist nur ein größerer Eingriff als eine normale Mandel-OP. Die Wunde ist halt größer. Keine Ahnung. Ich bin kein Arzt, aber auf jeden Fall kann ich nur sagen, es tut sehr, sehr weh. Und Respekt an alle, die eine Mandel-OP hinter sich haben. Ich glaube, das ist eine halbe Geburt. Aber ich glaube, eine Geburt wird noch schlimmer. Naja, auf jeden Fall. Stand jetzt. Na, ich nehme halt das Antipötika und hoffe, dass es besser wird. Und eigentlich sollte ich mich auch mit dem Reden schonen. Aber, ja, deswegen rede ich jetzt gleich wieder Maria. Aber ich kann ja mal noch kurz erzählen, wie ich es im Krankenhaus war. Also irgendwie war es ganz okay. Aber irgendwie auch nicht. Am Ende, ich habe mich zwischendurch manchmal so richtig einsam gefühlt. Ich habe geheult und dachte mir, das ist alles so scheiße und so. Und das Essen dort war echt null proteinreich oder so. Also ich dachte mir, wenn ich jetzt nicht mir noch einen Quark aus der Tasche ziehe, dann war es das. Ich hatte sowieso Schwierigkeiten und Schmerzen beim Essen. Aber auf Schmerzmittel und so ging es dann auch manchmal tatsächlich. Maria hat mir dann Quark vorbeigebracht, Proteineis. und Harzer Käse, Kochschinken und so. Das ging dann auch. Aber es war trotzdem schade, dass es im Krankenhaus früh und abends immer nur Brot gab, weil das konnte ich halt auch schlecht essen. Also ich habe es gegessen, aber ich musste das wirklich stundenlang im Mund aufweichen. Und das war echt nicht so geil. Und ja, aber das, soviel zum Krankenhaus. Jetzt tut mir leid, manchmal muss ich irgendwie so gehen, denn das tut so unfassbar weh. Auf jeden Fall, jetzt steht mir erstmal eine lange Sportpause bevor. Ja, ich denke mal, vielleicht so drei Wochen nach der OP, drei bis vier Wochen nach der OP. Dementsprechend so viel, also einen Monat ungefähr Sportpause mindestens. Ich hoffe, es gibt keine weiteren Komplikationen, sodass ich dann noch wieder rein starten kann. Ich habe ein bisschen Schiss davor, weil jetzt schon die eine andere Mandelentzündung und ich bete einfach nur drum, dass ich da gut rauskomme. Und genau, wir können ja gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie wir damit umgehen, dass eine eine Sportpause machen muss und die andere normal weiter trainiert. Weil das ist auch ein großes Thema, weil wir immer dieses Vergleichen viel hatten und vielleicht auch noch haben. Du kannst ja jetzt mal wieder übernehmen und ich schuhe mal meine Stimme. Ja, also ich habe bei der Arbeit immer Besuch abgestattet. Also gut, es waren jetzt nur fünf Nächte, also so oft war es jetzt nicht. Aber es war schon komisch, sie so zu sehen, weil man denkt sich ja immer so, man hätte es ja auch sein können. Und die war so irgendwie benommen und so zerknittert, sage ich einfach mal so. Weil, muss ich sagen, ich war vielleicht eine Stunde in einem Krankenhaus zu Besuch, aber danach fühle ich mich schon wie so ein kranker Mensch oder so. Oder ist man ja noch nicht mal bei der Krebsstation gewesen, sondern bei der HNO-Station, wo alle lebend rauskommen. Aber trotzdem ist dieser Vibe einfach überhaupt nicht gut. So, also mit den Schwestern und Krankenpflegern waren alle sehr gut. Sehr nett, meinte Annabelle. Aber trotzdem ist die Stimmung, die Stimmung halt so, ja. Und Annabelle hat auch zum Abschied den Krankenschwestern und Krankenpflegern so ein Goodie-Pack gemacht mit Proteinriegeln und so als Dankeschön, dass sie so nett waren und sich so gut gekümmert haben. Auf jeden Fall sehr, sehr nett. Die haben mich sehr gefreut. Und ja, wir können ja mal auf das Thema Sportpause eingehen. Also ich, Maria, kann ja nur mal weiter trainieren und mach es auch. Früher wäre das anders gewesen. Früher hat man gesagt, komm, wenn einer nicht trainieren kann, trainiert der andere auch nicht mit. Ich meine, das hat man mal gemacht, wenn die eine krank war. Mal eine Woche. Das geht auch in einem Monat. Aber davon abgesehen, dass wir das sowieso nicht mehr machen. Also es war früher so, als wir uns wirklich sehr stark verglichen haben und dieses Extreme. Und wir müssen sagen, jetzt vergleichen wir uns auch trotzdem noch. Das passiert ja auch im Unterbewusstsein schnell. Aber jetzt, ja, gehe ich trotzdem ganz normal weiter trainieren. Ganz normal mache ich mein Training, wie immer. Und ja, Annabelle kann halt jetzt erstmal vier Wochen nicht trainieren. Und dementsprechend werden sich, kann man, das kann man eigentlich nicht ausschließen. Unsere Körper werden sich verändern eigentlich. Annabelle wird wahrscheinlich etwas Muskulatur verlieren. Auch wenn nicht viel. Aber wenn sie, wenn sie nach vier Wochen, ja, man sagt so so ab zweieinhalb, drei Wochen geht es bergab, sage ich mal, wenn man jetzt gar nicht trainiert. Aber sie achtet auf ihre Proteine und sie achtet, dass sie nicht darauf, dass sie nicht im Kaloriendefizit ist, sondern auf Verhaltung oder im Überschuss ist. Und somit vermindert sie schon mal den Muskelabbau. Aber trotzdem kann man ab drei Wochen sagen, es ist nicht zu vermeiden. Und deswegen wird sie wahrscheinlich etwas Muskulatur abbauen. Und ich werde meine Muskulatur erhalten. Dementsprechend wird sie vielleicht dann schmaler aussehen. Und ich, wie immer, muskulöser sage ich das einfach mal. Aber man muss dazu sagen, es gibt ja auch den Maske-Memory-Effekt, wo man innerhalb weniger Wochen wieder ganz normal auf dem alten Stand ist, weil der Muskel einmal diesen Stand kannte. Aber trotzdem ist es mental natürlich nicht leicht zu sehen, wenn die Zwillingsschwester im Gym ist, vielleicht eine Story macht und die andere dann zu Hause sein muss und liegen muss oder sich ausholen muss, eher ruhige Sachen machen soll. Oder auch bei der Ernährung ist es ja auch anders. Annabelle isst mehr Eis, mehr kalte Sachen. Und ich esse halt normal, sage ich mal. Oder oft ist es so, dass sie sich aus dem Gemüse eine Suppe macht und ich esse das Gemüse so oder die Kartoffeln oder so. Ja, ich weiß nicht, du kannst ja mal erzählen, wie das so für dich isst mit der Sportpause und das zu sehen, wie ich jetzt normal weitermache und du quasi jetzt erstmal einen Cut ziehen musst. Und da gibt es auch keine Diskussion, ob man einen Cut zieht oder nicht, weil es geht um Gesundheit und Leute, Gesundheit ist das Wichtigste. Scheiß drauf, wie sich der Körper verändert oder wie sonst was ist. Es ist eine absehbare Zeit trotzdem, es sind jetzt keine zwei Jahre oder so. Deswegen alles gut, aber ich weiß ja nicht, trotzdem ist es ja, wenn es so das erste Mal ist, ist es trotzdem so, ja, wo man sagen muss, in Bali haben wir auch nur dreimal trainiert. So, also, aber wie ist es denn so, weil da haben wir es ja gemeinsam gemacht oder wir machen ja meistens, wenn dann eher gemeinsam eine Sportpause, als wir mal welche gemacht hatten, das waren ja auch nur zwei Wochen und jetzt musst du es alleine machen. Wie ist das so für dich? Erzähl mal. Also, vom Prinzip her, es ist eine Sportpause machen, das ist eigentlich gar nicht so zwingend mein Problem. Oder wenn ich, also klar ist es deprimierend so ein bisschen, wenn man andere Leute im Fitnessstudio trainieren sieht, so bei Insta oder so. Aber trotzdem ist mein Fokus gar nicht so darauf, weil ich weiß, okay, du kannst nicht. Du bist gefesselt an der Gesundheit und ich kann das ja nochmal erzählen, was ich denn daraus mitnehme und was ich in Zukunft anders machen werde und was ich euch ans Herz legen kann. Genau, aber dann Maria im Fitnessstudio zu sehen, ist doch nochmal was anderes, weil wir waren bisher wirklich eigentlich immer zusammen trainieren und es ist halt immer, weiß ich nicht, wir waren halt immer zusammen und klar ist dann trotzdem so ein bisschen dieser Gleiseffekt da. Also dieses, wie wird, werden sich unsere Körper verändern? Es sind wie gesagt, es sind jetzt nur ein, es sind so vier Wochen, vielleicht sind es so fünf Wochen, vielleicht auch nur drei. Ich bin mal gespannt, wie es sein wird. Ich glaube, es wird nicht spektakulär sein, weil wir waren, als wir einen Monat in Bali waren, da hat sich auch nicht viel verändert, obwohl wir da jetzt nur drei, vier Mal trainiert haben, obwohl man auch sagen muss, da waren wir viel aktiver. Und wenn ihr eine Sportpause macht, aus irgendwelchen Gründen, dann versucht trotzdem, wenn es körperlich geht, spazieren zu gehen und vielleicht ein paar, keine Ahnung, Haushalt zum Beispiel zu machen. Das vermindert auf jeden Fall schon mal enorm den Muskelappau. Also wenn ihr normal spazieren geht zum Beispiel und dort ein bisschen Aktivität habt, mindert das den Muskelappau in einer Trainingspause. Aber auch nur, wenn ihr euch da noch fühlt. Also wenn ihr mit Fieber am Bett liegt, Leute, dann bleibt liegen. Aber wenn es möglich ist, es kann auch sein, dass ihr aus irgendwelchen anderen Gründen eine Sportpause machen müsst. Oder ihr habt euch den Finger gebrochen oder, keine Ahnung, wo ihr normal eigentlich spazieren gehen könntet. Tut mir übrigens echt leid, dass ich manchmal so kleine Pausen machen muss oder vielleicht ein bisschen undeutlicher spreche. Das wird sich dann hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge ändern, wenn ich wieder back bin. Leute, dann bin ich wieder back on track und habe richtig Bock. Und ich bin ein positiver Ding. Ich bleibe optimistisch, weil wir fliegen auch bald weg nach Madeira. Da kommt geiler Content auf euch zu, Leute. Und bis dahin will ich auf jeden Fall fit sein, dass ich da mitfliegen kann. Sonst wäre das ziemlich traurig. Das wäre echt ein Schlag ins Gesicht. Und was ich auf jeden Fall daraus gelernt habe, man sollte wirklich viel mehr auf den Körper hören. Und auf die ersten Signale. Also wenn man schon anfängt, manchmal merkt man, dass man krank wird, dass man schnupfen bekommt zum Beispiel. Geht nicht trainieren, Leute. Macht lieber drei Tage Pause und seid dann wieder fit, als drei Tage weiter zu trainieren. Und dann zieht sich das länger hin. Und nicht nur, dass es extrem schlecht ist für den Körper, fürs Herz und so weiter, sondern es kann wirklich schlimm und gefährlich werden. Deswegen drei Trainings weniger oder zwei oder selbst fünf bringen euch nicht zurück. Also die werfen euch nicht zurück. Aber drei Trainings zu vier, die werfen euch sowas von zurück, wenn es dann ausbricht. Und der Körper hat ein Gedächtnis. Also passt auf euch auf. Und ihr selbst seid die Person, mit der ihr am meisten Zeit im Leben verbringt. Also ihr wollt euch ja lange halten bleiben. Dementsprechend achtet wirklich darauf und ich werde es in Zukunft noch mehr beachten. Ich habe es schon mehr beachtet. Ich erinnere mich zurück an die Zeiten von früher. Als wir so einen Sportzwang hatten, da habe ich mit Corona trainiert. Das weiß ich noch. Aber ich muss sagen, mir ging es echt gut. Also ich habe gar nicht gemerkt, dass ich Corona hatte, aber hatte ich halt, genau, es war übrigens zu Hause, also Home-Training. Aber jetzt auf jeden Fall, auch wenn ich mich mal besser fühle, man sollte sich nicht überheben. Und ich habe gerade dieses Struggle halt, wir sind selbstständig. Ich bin nicht krank geschrieben oder so, weil das bringt ja nichts. Also, ja. Und es war auch schon im Krankenhaus so, dieses Gedankenkarollell, okay, du bist, du kannst, die Arbeit, die bleibt da liegen und so und macht mir jetzt was oder nicht. Und ich habe dann schon versucht, so ein paar Videos zu schneiden oder so. Und das ist ja nicht so, dass Maria mich komplett ganz vertreten kann. und da fing es schon an, dieses, ach, ich stresse mich jetzt wieder schon deswegen, obwohl es mir eigentlich gerade richtig schlecht geht. Und deswegen ist es jetzt auch gerade so, dass es dann jetzt was mir besser geht, trotzdem halt so, mich versuche auszuholen und wenn ich was mache, dann eher so Sachen, die nicht so aktiv sind, also Videos schneiden, anstatt jetzt Content zu drehen zum Beispiel. Ja. Ich würde sagen, du kannst ja mal das Wort übernehmen. und ja, einfach mal nochmal darüber sprechen, wie es dir dabei ging und was du aus der Sache mitnimmst. Ja. Also, ich muss sagen, mit der Arbeit, ja, für mich einerseits, es war auch mal entspannt, zu Hause Ruhe zu haben, aber es war irgendwie so leer. sage ich mal und es ist natürlich mehr Arbeit dann an mir hingeblieben, sage ich mal, jetzt in der Woche, sage ich mal, wir hatten ja schon Termine, wir hatten ja mal schon Termine, muss ich ja da verschieben, absagen, was auch immer, aber auch Sachen, die ich dann einfach übernommen habe, wie Erstgespräche, was auch immer, das macht meistens Annabelle, das habe ich dann gemacht und so, dadurch war es bei mir halt mehr Stress, aber dann habe ich halt teilweise so zwölf Stunden am Tag Arbeit oder so, aber es ging auch, es ging auch und es macht auch Spaß, vor allem, wenn man viel Stress hat, viel schafft, dann ist man ja auch am Ende des Tages so richtig zufriedengestellt und denkt so, boah, geil, ich habe es geschafft, es gerissen, das macht auch richtig Spaß, aber trotzdem habe ich mich da sehr viel gestresst und die Stuhliste war ewig lang und es war so ein Hustle, man ist eigentlich nur so durch den Tag gehetzt, das hat mich halt sehr unter Druck gesetzt, aber ich habe dann auch gedacht, okay, mach das, was du schaffst und was du halt nicht schaffst, schaffst du halt nicht, ist halt so, kann man nicht ändern, so, man kann jetzt auch nicht zaubern und man muss ja immer sehen auch, was hat man schon geschafft und nicht, was man noch schaffen muss, genau, deswegen war ich in der Zeit auch ein bisschen gestresst, aber ich habe trotzdem versucht, bei mir zu bleiben und jetzt ist ja auch alles wieder eingepegelt, deswegen alles gut, aber für mich war es schon komisch, für mich tut es mir auch sehr leid für Annabelle, dass es halt so ist, wie es halt ist, machen wir halt auch Sorgen, wegen dem Urlaub zum Beispiel oder wir haben auch bald Trainingslager, dass es da halt alles trotzdem eingeschränkt hat, wahrscheinlich stattfinden wird, also, ja, muss halt dann schauen, Madeira ist ja auch so, wo man viel wandern gehen kann und so, man da halt eher versucht, sich da ein bisschen viel mit dem Auto mehr zu machen oder lange Pausen, wie auch immer, aber, ja, und, das war auch immer so ein, weiß nicht, mir ging es ja auch nicht gut, ich weiß gar nicht wieso, weil Annabelle ist am Leben, weißt du so, oder wisst ihr so, aber es ist so, ihr geht es nicht gut, dann geht es einem auch nicht gut, dann kann man jetzt auch nicht einen auf glücklich machen und irgendwie so, das ist so eine Verbindung zwischen Zwillingen, wer Zwilling ist, kennt das vielleicht, wenn es dem einen nicht gut geht, geht es dem anderen auch nicht 100% gut, also, klar, mir ging es besser, ich hatte ja auch andere Dinge, die mich glücklich machen, ich hatte, keine Ahnung, trotzdem meinen Sport und was auch immer, was mehr Glückgefühle gibt und, ja, trotzdem war es einmal so da, aber, ich habe es ja mal besucht, dann haben wir zusammen Eis gegessen und, es war ja auch cool, so, und es war halt mal eine Erfahrung und man lernt ja auch daraus, wie es mal so im Krankenhaus ist und wie eine OP ist, boah, ich bin müde, eigentlich bin ich nicht müde, ja, genau, deswegen, Annabelle, will man was sagen, genau, ich wollte sagen, und zwar, ist mir so richtig bewusst geworden, als es mir so richtig schlecht ging, im Übrigen, das habe ich noch gar nicht gesagt, die OP fand ich eigentlich voll chillig, also, voll Narkose halt, ich war echt schnell weg, bin aufgewacht, habe ein Wasserhals bekommen, es war eigentlich voll okay und ich wollte endlich in diese OP rein, weil ich ja solche Schmerzen habe, ich weiß noch, der Arzt, ja, ich, mein Herz, das hat auch geblutet, als ich mir erst mal dieses Narkose und dieses OP-Zeug durchgelesen habe, was die da machen, ich bin ja, so, wenn ich das Wort Ader höre oder Blutgefäße, da zieht sich bei mir schon alles zusammen und als sie mir bei mir schon am Anfang Blut gezogen haben, wirklich, ich habe eigentlich jeden Fall geheult und als ich immer geschluckt habe, musste ich ja meinen Kopf, weil es so weh tat, immer so richtig einziehen und der eine hat dann so gesagt, oh, der eine Arzt, das tut mir schon mal zusehen, weh, ja, aber auch nochmal, nee, was ich sagen wollte, weil es mir so schlecht ging, da ist mir so bewusst geworden, alle Probleme, die ich hatte, so, irgendwas läuft vielleicht nicht so gut oder wie auch immer, die waren komplett weg und ich dachte mir, das sind doch alles keine Probleme, wenn es einem schlecht geht und deswegen nochmal ein Appell, Leute, so Probleme kann man lösen, das Wichtigste ist wirklich einfach die Gesundheit, denn ich habe letztens so ein Zitat gelesen, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, da dachte ich mir, das ist ein gutes Zitat, deswegen irgendwie sind dann alle Probleme, die ich zu diesem Zeitpunkt hatte, komplett verschwunden, weil ich komplett fokussiert war auf meine Gesundheit, was ja auch mal ein Vorteil ist, sozusagen. Ich wollte noch irgendwas sagen, irgendwas Wichtiges, aber ich habe es vergessen. Naja, auf jeden Fall kann ich nur sagen, ich bin froh, das war echt froh, als ich dann abgeholt wurde aus dem Krankenhaus und dann erstmal in die frische Luft konnte, weil ich war dort ziemlich gefesselt und konnte nicht wirklich raus, also ich konnte raus, aber ja, so ist jetzt noch nicht die schönste Gegend, so Krankenhaus und so, ja, das war jetzt nicht so geil, aber ich muss sagen, ich habe so viel Eis gegessen, noch jetzt, ich esse jeden Tag Eis und das kommt mir sehr gelegen, also ich liebe Eis, love it und ich glaube, ich werde es auch beibehalten. Das ist eine schöne Angehung, halt schön Eis essen, ich liebe es, es tat mir richtig gut und Eis und Kälte tut auch wirklich sehr gut, also ich kann es nur sehr empfehlen und genau, ach man, ich wollte nur irgendwas sagen, ach so, genau, das wollte ich sagen, erstmal wollte ich sagen, ich fand im Krankenhaus das Personal und so, wie gesagt, Krankenschwester, Krankenpfleger, Ärzte, wirklich extrem, extrem freundlich und total chillig, also wirklich, war mega und nochmal wirklich ein fettes Dankeschön an euch Leute, es haben mir so unfassbar viele geschrieben, wirklich, ich sage stundenlang daran, die Nachrichten zu beantworten, wirklich ein fettes, fettes Dankeschön an jeden von euch und eure Tipps, an eure, ähm, Genesungswünsche und was ihr uns alles geschrieben habt, wirklich, vielen, lieben Dank, ähm, ihr seid einfach eine geile Community und, äh, ja, auch wenn diese Podcast-Folge gerade wahrscheinlich ziemlich anders ist vielleicht als die anderen, weil, ja, sonst kennt man uns immer unter die lustigen, lauten, Mädels halt, die eigentlich nur scheißen, aber, aber heute ist es mal ein bisschen ernster, weil es halt auch ernst ist und, oder ein ernstes Thema ist, aber mir geht es sehr gut und ich konnte es halt letzte Woche kaum ausdrücken, also ich habe gesprochen, aber ich konnte ja nicht lachen und es ging immer so, also, ähm, es kommt zwar jetzt vielleicht nicht so rüber, aber ich freue mich gerade riesig, dich zu sehen und, ähm, dann habe ich auch noch so richtig, richtig leidig gesprochen, weil es halt wirklich extrem weh tat und ich konnte halt nicht so gut betonen oder Emotionen rüberbringen, also es war wirklich sehr witzig, muss ich sagen, jetzt ist es schon besser, wie ihr merkt, aber immer noch ein bisschen zurückhaltender, weil jetzt, ja, eigentlich sollte ich nicht so viel reden, deswegen haben wir solche Podcast-Folge aufgenommen, aber wir wollten nicht wieder eine ausfallen lassen, weil letzte Woche ist das erste Mal leider unsere erste Podcast-Folge ausgefallen, weil, ich war mit Krankenhaus, Leute, es ging einfach leider nicht, deswegen wollten wir diese unbedingt jetzt aufnehmen und hast du noch was zu sagen, ansonsten, ja, ähm, wenn euch generell Content aus dem Krankenhaus interessiert oder sowas, wir haben bei Instagram oder TikTok Krankenhaus-Vlogs und auf Full Deal of Eatings hochgeladen aus dem Krankenhaus, was Anna gegessen hat dort, was sie dort gemacht hat und so, also wen das interessiert oder vielleicht auch eine OP vor sich hat, der schaut auf jeden Fall da mal vorbei, ist sehr interessant geworden, ich muss sagen, ich schaue mir das auch gerne an, weil ich habe es ja auch nicht gesehen, ich weiß ja nicht, was sie dort gegessen hat oder was sie dort gemacht hat, das heißt, ich habe die Vlogs auch das erste Mal gesehen und dachte mir so, interessant, was meine Schwester da so macht. Ja, ich würde sagen, bevor Anna will noch, keine Ahnung, kein Wort mehr rausbekommt, ähm, wie sagt man, entlasse ich sie mal oder entlaste ich sie mal, sage ich mal und, genau, schaut, wie gesagt, gerne bei Instagram und TikTok vorbei, dort heißen wir Anna will und Maria, dort findet ihr auch noch weiteren Krankenhaus-Content oder auch jetzt wieder ganz normalen Content von uns, ähm, wir haben jetzt auch eine 4-Foot-Challenge gestartet bei TikTok, also wer dort in dem Bereich Interesse hat, kann dort auch vorbeischauen und, wie gesagt, lasst auch gerne eine positive Bewertung da, darüber werden wir uns wirklich sehr freuen, 5 Stern ist natürlich das Beste, darüber würden wir uns natürlich am meisten freuen oder bei YouTube könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen und, das war's jetzt mit dem Podcast oder mit dem Video, je nachdem wo ihr es schaut oder hört und wir hören uns beim nächsten Mal wieder und diesmal dann auch in voller Lautstärke und, ähm, jetzt guter Laune, also wir sind es gelaunt, aber mit mehr Emotionen, ähm, genau, aber hier mal so ein kleines Update, wie die Zeit für uns ist oder war, ja, mal schauen, und ich hoffe, es geht jetzt bergauf und wir updaten euch in der nächsten Folge, wie der Stand der Dinge ist und wir hoffen, dass wir dann wieder 110% da sind oder vor allem Annabelle und wir wieder in voller Lautstärke reden können. Also, das war's, macht's gut oder macht's gut und ciao.